Jo was geht Leute und herzlich willkommen zurück zur Autotalk. Heute rede ich mal über eine erfreuliche Nachricht, besser gesagt ein erfreuliches Auto. Der Honda NSX Roadster. Oh yeah baby, wir kriegen den NSX auch als Cabrio. Meine Güte sieht der gut aus. An sich die normale Vision vom NSX ist schon krass. Als Roadster ist er wie ich finde noch geiler. Also richtig hammermäßig. Preis ca 200.000 Euro wie halt auch schon der NSX. Ka wollte ich gerade sagen aber es heißt nur NSX ist gut ist gut. Ja Honda Super Sportwagen. Ja offen finde ich cool. Ansonsten Systemleistung 581 PS hat sich nicht wirklich was verändert. Drei Elektromotoren. Ja. Hybrid Antrieb. Ja. Ist ja im Grunde alles bekannt. Ama finde ich sehr cool. Das Design sieht mega geil aus. Ich finde der NSX ist wirklich richtig richtig geil. Und als Roadster gefällt er mir tatsächlich noch besser. Was ich echt cool finde. Und an sich ich meine ich finde es einfach toll dass Honda mal ein paar richtig geile Autos raushaut. So ist schon ein bisschen her fand ich das Honda knackige sportliche Autos rausgehauen hat. Also ich finde das ist schon richtig geil dass sie so diesen Weg einschlagen. Und ja. Schreibt mir in die Kommentare wie ihr den Honda NSX Roadster findet. Oder auch den NSX. Und ja. Ja genau. Ich hoffe wir hören uns einfach das nächste mal wieder. Und ja. Habt ihr noch einen schönen Tag, Mittag, Abend. Ich weiß ja nicht wann ihr dieses Video schaut. Ja genau. Ciao.